Hey, mein Name ist Arne. Ich liebe viele Dinge. Ich liebe das Knistern von alten Vinylplatten. Ich liebe den Duft von Buchseiten. Ich liebe es, Fotoalben durchzusehen und in Erinnerungen zu schwelgen. Ich liebe es, im Bett zu liegen und einem Gewitter zu lauschen. Ich liebe es, Tinte zu beobachten, wie sie in einem Wasserglas verläuft. Ich liebe das Gefühl, meine kalten Hände im warmen Wasser zu waschen. Ich liebe es, morgens aufzustehen und sofort den Duft von frischem Kaffee in der Nase zu haben. Ich liebe es, einfach nur herumzulegen und in den Himmel zu schauen. Und ich liebe es, bei Sonnenuntergang über stillgelegte Bahngleise zu spazieren. Aber es gibt kaum etwas, was ich mehr liebe als das Gitarrenspielen. Etwa zwei Drittel meines Lebens hat mich aus Gitarrenspielen begleitet und mein Leben geprägt. Seit ich fünf Jahre alt bin, bin ich diesem Instrument hingegeben. Ich habe einige meiner besten Freunde durch das Musikmachen kennengelernt und lerne immer wieder neue Leute kennen, die meine Leidenschaft zur Musik teilen. Mit der Musik kann man alle möglichen Emotionen ausdrücken und dem Zuhörer hervorrufen. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Musik wie eine Sprache ist, die einfach jeder verstehen kann. Gitarre spielen ist vielleicht ein typisches Hobby, dem viele nachgehen, aber für mich ist es trotzdem etwas besonderes. Neun Jahre und es wurde einfach nie langweilig, nie wurde ich der Musik überdrüssig. Und das wird sich wohl nie ändern.